Die Seikyo-Schule. Die Gebäude sind so verschlungen wie ein Labyrinth. So wurden sie zum Schauplatz unzähliger Spukgeschichten. Ist hier jemand? Oh, ein Spiegel? Irgendwie gruselig. Teiji. Hier kommt nicht oft jemand vorbei. Kleines Dummerchen. Um ehrlich zu sein, erinnere ich mich gar nicht mehr daran, wie ich gestorben bin. Ich empfinde auch keinerlei Reue oder Hass. Und deswegen ist es doch völlig egal, was ich bin. Ich hab solche Angst. Bitte helft mir doch. Was ist? Stimmt was nicht? Das war wirklich Yuko, die mich um Hilfe gerufen hat. Irgendwo hier im alten Schulhaus. Du hast ihn nun also doch gesehen. Ich hab doch gesagt, dass du das nicht darfst. Ich heiße übrigens Yuko. Ich bin Teiji Nia. Was für ein süßer Name. Wenn du das nicht... Okay. Ich bin T Int yakami. Gäste. Der pungsk. MDR 10- und ist hier nicht zu sein. Ich bin.